liebe lego hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video heute geht es mal wieder um lego ideas da wurde jetzt nämlich der motorisierte leuchtturm offiziell vorgestellt nachdem es in der letzten woche ja schon einen ersten league dazu gab das set trägt die set nummer 21 335 und ist das mittlerweile schon 43 lego ideas set das ganze besteht aus insgesamt 2065 teilen und wird ab dem ersten september zu einem preis von 299 euro 99 erhältlich sein wie immer erst einmal einige monate exklusiv im lego online shop und in den lego stores und voraussichtlich ende des jahres dann auch bei einigen ausgewählten händlern 300 euro bei knapp 2000 teilen hört sich erst einmal ziemlich viel an das hatte meiner meinung nach zwei gründe auf der einen seite natürlich lego erhöht gerade deftig die preise da kann das auf der einen seite herkommen auf der anderen seite haben wir hier allerdings auch wie es der name des sets motorisierter leuchtturm schon verrät einige elektronik komponenten drin wir haben nämlich einmal eine batteriebox einen medium motor und dann auch noch lichtkabel das sind die ganz normalen lego leds glaube ich und damit kann man dann tatsächlich auch das licht oben im leuchtturm zum drehen bringen dazu hat lego dann auch noch ein neues fresnel linsen element entworfen das dann dort oben enthalten sein wird und die lichtstrahlen bündeln kann und wie wir wissen lässt sich lego ja solche elektronischen spielereien oftmals vergolden deswegen hier auch der relativ hohe preis von 300 euro bei gerade mal 2000 teilen aber das war natürlich noch nicht alles was wir hier über dieses set sagen können das ganze wird auf einer neuen dunkelblauen grundplatte errichtet und erreicht eine höhe von 54 zentimeter der größte unterschied den wir hier zum entwurf aus dem jahr 2020 ist ja ein lego idea set das heißt es wurde von einem fan entwurf abgeleitet da ist der größte unterschied hier dass der entwurf eigentlich im micro scale erbaut war jetzt haben wir hier allerdings minifiguren scale deswegen auch zwei minifiguren nämlich einmal einen leuchtturmwärter in blauer uniform und eine fischerin in grüner kleidung die beiden kann man dann auch noch in ein weißes ruderboot setzen und außerdem gibt es noch eine katze und eine möwe um dann mit dem set auch spielen zu können oder es vielleicht familie oder freunden präsentieren zu können lässt sich dann auch das dach des kleinen häuschen neben dem leuchtturm abnehmen hier befindet sich dann übrigens auch noch so ein kleiner kamin der dann ebenfalls mit der elektronik zum leuchten gebracht werden kann und natürlich lässt sich auch die rückseite des leuchtturms abnehmen da sehen wir dann da gibt es so vier verschiedene etagen wo dann immer im wechsel links und rechts die leiter angebracht ist wo dann der leuchtturmwärter auch nach oben klettern kann wie ihr sehen könnt steht der leuchtturm ja auf so einer kleinen felsen insel und da ist dann in einer kleinen höhle auch noch ein schatz drin versteckt und hier befindet sich dann auch der schalter mit dem ihr das licht des leuchtturms an oder ausschalten könnt meiner meinung nach ist das optisch ein wirklich sehr sehr schönes set und ich mag auch diese elektronik spielereien das war ja auch ein wichtiger aspekt des ideas entwurfs dass das dann eben ein motorisierter leuchtturm mit echten licht sein wird das finde ich hat man hier sehr gut umgesetzt aber auf der anderen seite dem entgegen steht natürlich der sehr sehr deftige preis von 300 euro und ich kann die kommentare der fans durchaus nachvollziehen die das hier als zu teuer empfinden ich muss ehrlich sagen für 300 euro würde ich mir den leuchtturm hier einfach mal so nebenbei auch nicht kaufen wollen ich glaube hier werden tatsächlich dann auch viele auf rabatte warten was haltet ihr denn von diesem leuchtturm findet ihr der preis ist gerechtfertigt was haltet ihr vom einsatz der elektronischen komponenten schreibt mir eure meinung dazu gerne unten in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst mir gern ein like und ein abo da um keine zukünftigen videos mehr zu verpassen ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss so Bis zum nächsten Mal.